Ja, willkommen, Bros. Ähm, wir können uns erinnern, ich wollte hier auf den Knopf drücken. Also, ja, willkommen zum nächsten Part wieder hier. Nahtlos für euch wahrscheinlich, je nachdem. Außer ihr verfolgt, äh, jeden Tag. Dann habt ihr, äh, immer wieder eine kleine Pause. So. Ja, wir drücken doch einfach mal. Oh Gott. Bam. Achso, mehr war das nicht. Ich verstehe, wir sind doof. Ups. Och, Herrje. Steckdose. Oh, nein. Nein, jetzt machen wir das doch glatt da drauf. Oh nein. Nein, das wird die Wand doch nicht aushalten. Wie geil. Heiß. Achso. Ich dachte, das wäre ein Krabblervieh. Das Ding da, war da gerade an, wie ich hoffe, mich zurollst. Schock meines Lebens. Es ist nicht heiß, aber wir haben ja so einen super Anzug. Anzug. Ui. Und natürlich den ersten Ladebalken natürlich gleich wieder mitnehmen. Aber da haben wir so Ladebalken, das ist auch immer wieder was Interessantes. Vor allem für die Zuschauer, weil das sieht man auch so viel in der Zeit. Und je nachdem, wie lange das lädt, kann das natürlich auch eine sehr entsprechende, äh, lange Zeit werden. So. Ich hoffe, ihr hört die Waschmaschine nicht im Hintergrund, die nervt gerade ein bisschen. Aber ist egal. Müsst da durch, Bros, tut mir leid. Auch ich muss mal Wäsche waschen. Ja. So. Davon mal abgesehen. Däh. Wollte gar nicht wissen, was so eine Tastatur für Dreck ansammelt ist der Hammer, ne? Hm. Das geht ja nicht so. Also. Wo habe ich denn hier meine, meine Saubermachttücher? Achter. So. Das wird hier jetzt mal sauber gemacht. Live in Action natürlich. So was muss man ausnutzen. Ja, Fick. Gut. Hat sie ja die dich mit dem Saubermacht? Ja, ja. Gone. Äh, Freeman. Guck dir mal ordentlich zu, äh. Medium. Maldon. Ach, hier sind wir. Hm. Ihr seid doch Arschlöcher. Weil, wir müssen jetzt durch einen Raum durch, der mir jetzt schon nicht gefällt. Ja, genau der. Ein fellow Scientist. Oh, danke Gott. Hallo. Hallo. Ja. So, jetzt lass mich mal... ...schauen. Oha. Die Maschine geht ja auch gut ab, ne? Also in der Mitte, soweit ich das erkennen kann, ist man... Äh. Hat die auch Strom, das Scheißteil? Ich weiß es nicht. Hammer. 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 Scheiße, das kriegen wir auch hier nicht wegbewegt. Nee. Gut, dass ich meine ganze Muni jetzt, äh... ...verbannert habe. Ist egal. Ich bin jetzt schon mal hier, Bros. Wo ist denn der Scheißknopf? Äh, 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 äh. Hallo. Ja, und jetzt? Ihr seid mir Cola-Kekse, wisst ihr das? Na geil, was soll ich denn hier machen? Schnellig, jetzt ist mir wieder... Äh. So ein Gericht wird man noch irgendwo auskriegen müssen können. Hammerhart, ne? Ja, bis jetzt sind wir auch... Ach, da! Und? Hauptsache ich... Hauptsache ich rotz erstmal 500 Schüsse auf... Nothing. Ja, kommt raus. Oh, was ich mich dämlich anstelle, was ich mir wieder selbst hauen dürfte. Hm. Ja. Schön, dass er so schnell ist. Sag mal, was ist denn, wenn da jetzt so ein SWAT-Kommando kommt, ey? Okay, was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein wird, aber... ...wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ich hab wieder meine Wortschredung. Oh, wir föhnen uns erstmal auf nach dieser Messiere. Warte! Was ist das? Niemand denkt, das war ein bisschen zu einfach? Ja. Ja, 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 ja. Das ist wirklich zu einfach. Ach, ich hab dann nämlich gegreif. Ach so. HUMO! Ja, was soll ich denn da bitte machen? Links, rechts, oben, unten Hubschrauber. Dennoch eine Frame-Einbruchrate von 200%. War zwar alles, komm, aber ist schon in Ordnung. Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen Misserie hier. Also entweder, ne, ich hab die falsche Waffe, so sieht's aus. Oh, Jesus. Nimm ich halt den Crossbow, wo ich doch nur noch vier Schuss habe mit, natürlich. Hammer! Weißt du jetzt, oder? Hammer! Gar nicht mal so einfach mit Lexus zocken, Leute. Oh, das haben wir, glaube ich. Hammer! Hammerhart, ey. Nicht von den schlechten Eltern, also einfach reinrennen. Ach, ihr Pisser! Sagt mir das doch. Vor allem von da unten. Wie soll ich die denn treffen? Von da... Pam, ins Gesicht. Hammer, ne, sie halten auch nicht viel aus. Los runter, du kleine Arschloch, ey. Hammerhart. Ja. Ja. Ja, er sagt nix. Äh, Freeman! Du bist so guuut! Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. 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 Du willst mir da die Tür aufmachen, ich soll rauslaufen? Fällt mir aber nicht, ich will... Ja. Du kannst nur leben, um die Ladebalken zu sehen. Na gut. Uns bleibt wohl nix anders übrig. Merci. Das wär gescannt unten natürlich der nächste Ladebalken. Meine Fresse! kann ich einsammeln, weil ich nämlich, äh, noch zu viel hatte. Jaaa... 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 Was soll denn das? Ganz im Ernst? Wie soll ich denn da bitte, äh, mal schnell handeln? Ich hab keine guten Knarren mehr. Ey, Hammer! Was ihr denkt? Ich bin Rambo, Alter, und springe hier einfach so raus und hüpfe hier mal lang und... Und... What the... Hallo? Hammer! Ne? Was der Mutter hier noch an ist. Jaaa... Hammer! 17 AP! Kom, Kammer, mach deinen Scheiß aus. Alter Ich wusste es Verdammte Scheiße, ey Krass, ich seh schon, ich komm hier nicht aus Diesen verkackten Scheiße-Rotze-Level raus So, soviel dazu Und an dich da oben komm ich auch noch ran Ist die jetzt down da oben, oder? Ich hoffe doch Ja, ich muss mir natürlich wieder alles geben Warte mal, hier oben geht es ja auch lang Cool Ich hätte zwar auch unten lang laufen können Ey, ganz im Ernst Ganz im Ernst, Leute Mach doch mal bitte die Tür auf Verdammt Okay, okay, okay Du bist noch kein Abonnent Aber dir gefallen meine Videos Was hält dich verdammt noch mal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch Klick einfach auf mag ich Und schon sehe ich, was euch gefällt Und was zum Beispiel nicht Dir hat das Video gefallen Und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen Zum Beispiel wie Du bist einfach nur geil Wenn du mich weiterhin unterstützen willst Kannst du auch das Video Was dir gefallen hat Einfach zu deinen Favoriten hinzufügen Damit deine Freunde wissen Das Video hat dir gefallen Danke, Bro Wenn du mir noch weiterhelfen willst Kannst du zudem auf Teilen klicken Und auf das Facebook-Symbol klicken Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben Und kannst dann zum Beispiel Deinen Freunden mitteilen Einfach mal gucken Danke, Bro Und das Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal